Kapitel 13. Nichts bleibt. Bitte, Ugo. Sag doch was. Hm. Was willst du sagen? Nach der Scheiße. Hör mich an. Bitte. Das ist... Ich brauche dich. Das ist mehr wie posttraumatische Belastungsstörung. Er antwortet mir nicht. Wir müssen hier weg. Definitiv. Ugo, antworte mir. Der hat ein Trauma. Wir müssen jetzt gehen. Und wohin? Zum Hafen. Wir verschwinden von der Insel. Ich will ausruhen. Was kannst du, wenn du in Sicherheit bist? Wir werden niemals sicher sein, Lukas. Niemals. Es gibt keinen Frieden für uns. Sieh ihn an. Sieh nur. Ich gehe voran. Denk nicht nach. Einfach nur folgen. Ich werde euch führen. Ich führe euch beide, ja? Ich trage euch, wenn es sein muss. Ich bringe euch hier raus. Das hat was von Matrix. Nicht denken. Wissen. Jetzt holt die Flucht und steh auf. Gut gemacht. Die braucht eine Kur. Die braucht Reha. Ich werde euch hier rausbringen. Alter, ich bin so kaputt. Ich kann nichts machen. Warte. Ich kann keine Schleude benutzen. Klar, ich habe einen kaputten Arm. Meine Beine sind was weiß ich wie kaputt. Mein ganzer Körper ist so geschunden. Das geht auf keine Kuhhaut. Ich bin einfach nur kaputt. Und zwar ist sowas von. Oh ja, bitte. Nicht bewegen. Das wird wehtun. Mhm. Oh. Ja. Alles gut. Wenn du denkst, das geht nicht mehr, ne? Kommt von irgendwo ein beschissener Baron her. Aber Schulter einrenken ist mitunter so ziemlich das Schmerzhafteste, glaube ich, was es gibt. Da ziehe ich einen Bauch vor. Aber der Kleine tut mir leid. Der Kleine, der tut mir so richtig leid. So. Ich kann sie immer noch nicht verrenten. Aber die Schulter ist schon ein bisschen besser auf. Genau. Atme. Wenn du irgendwie was zum Heilen hast, schmierst du drauf. Voltaren, Ibuprofen, egal was. Gib ihm. Gönn dir alles an Heilmittel, das du findest. Oh, das ist auch nicht schön. Das ist richtig mies. Tut auch weh. Einrenken im Allgemeinen tut echt unangenehm. Vor allem, wenn du es machen musst. Wenn du etwas einrenken musst bei jemandem. Das tut dir, glaube ich, fast mehr wie demjenigen, dem es ausgekuggelt ist. Elf Stück. Das klingt doch gut. Können wir irgendwas aufrüsten? Oh, wir kriegen bald Bewusstsein besser. Die Wurftechnik. Naja, gut, das ist jetzt weniger interessant. Das wäre interessant. Wird für den Wurf an der Ambrust ein weicheres Material gewählt, kann mich deutlich schneller nachladen. Das ist gar nicht schlecht. Die Spritzen waren schmerzhaft. Aber immerhin hast du was bekommen. Oh, oh. Ah, guck mal, der Workbench interessiert mich nicht. Kann ich selber machen. Gar nicht selber machen. Ah, so langsam können wir besser laufen. Das ist gut. Es wird besser. Mhm. Ich denke mal, dass wir jetzt wirklich so langsam Richtung Finale gehen. Ich bin echt gespannt auf den finalen Kampf. Ja, ja. Ja, und? Der Kleine ist... Ja, die Tür ist kaputt. Versperrt. Ich kann es von hier nicht bewegen. Tut mir leid. Ich muss wissen, ob es dir gut geht. Nein. Klasse Haut. Aber das Zeichen der Makula sieht größer aus. So sieht es wohl auch in deinem Kopf aus. Weiter. Ja. Darf ich mir deine Augen ansehen? Ja, das kann ich mir deutlich vorstellen. Das kann ich mir deutlich vorstellen. So, wir müssen mal kurz hier durch exerzieren. Was haben wir hier? Harz. Harz haben wir anscheinend mehr als genug. Okay, gut. Na los! Okay. Okay. Dann müssen wir so rumgehen. Jetzt kommen wir nämlich da durch. Na, komm. Halt durch! Du musst durchhalten! Mit den Schmerzen rumlaufen, ne? Und quasi so tun. Oh, Pirit. Das ist gut. als wäre nichts. Wenn du mich hörst, dann beweg einen Finger. Das ist schon ein großes Kino. So. Nicht schlecht. Wir versuchen hochzuklettern. Ja. Die wird bald umkippen. Gib ihm mal irgendwas gegen die Schmerzen und du bist eigentlich ein Mist. So. Lass mal gucken. Vielleicht gibt's hier noch irgendwo Loot. Ne, da kamen wir rein, ne? Hier ist eine Makula. Bringt mir gerade nix, weil ich die Ratten nicht nutzen kann. Das ist schade. Ja, sonst könnte ich nämlich gucken, ob hier irgendwas ist. Aber ich glaube, der Kleine rastet so richtig aus, wenn den Baron sieht. ist fest. Ja. Ja. Das ist zu hoch. Aber es gibt keinen anderen Weg. Ja. 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 Okay. Die braucht danach Reha. Ach, nein. ein Ratten Nest. Und zwar was für eins. Ja, fick dich doch einfach. Nö. Ich bin so froh. Ja. Er wird die Sonne töten. Was? Der Sonnentöter. Der Lichtverschlänger. Der Nebel aus den alten Texten. Es gibt ihn wirklich. Ich bin zu Hause. Nein. Nein. Das ist nicht zu Hause. Ugo, sieh mich an. Das ist nicht er, Amicia. Die Makula, sie versucht die Leere zu füllen, die durch den Tod eurer Mutter entstanden ist. Ich, ich hätte sie retten müssen. Aber wir können es beenden, ja? Hörst du mich, Ugo? Wir finden diesen Mistkerl, den Grafen und töten ihn. Nein, genug. Wir verschwinden von diesem verdammten Ort. Lass uns ihn von hier wegbringen. Er ertrinkt. Amicia, verstehst du? Halt ihn über Wasser. Rede mit ihm. Halte dagegen. Er braucht dich. Schon gut. Schon gut. Ist zwar richtig. Wir werden den Schmerz des Kleinen auf uns nehmen und den Baron killen. Der Kleine wird so gut wie es geht rausgehalten. Okay. Mal gucken, was hier los ist. der hatte weniger Glück. Der Nebel ist überall. Achte auf die Fackel. Ja. Der Licht für Schlinger, ja. Das den platzt doch gleich, oder? Vorsicht! Was ist? Das habe ich gemeint. Bleibt weg von den Dämpfen. Das brennt. Ja. diese Gase, ne? Vorsicht! Da ist noch mehr! Ich sehe sie! Wenn das auszusehen auslöst, wenn wir da vorbeilaufen, ne? Dann wird sowas von tot. Ja, das ist richtig schlimm. Ich meine, diese Idioten haben es wirklich verdient. Ja. Okay. Okay, da kommen wir nicht durch. Gut. Wir laufen auf einem Berg aus Leichen. Der in kürzester Zeit entstanden ist Respekt. Das ist sorry, so hart wie es klingt. Das ist Qualität. Das hat nicht lange gedauert. Und das sieht so aus. Das ist pure Qualität. Ich will nur schauen, dass ich keinen Loot übersehe. Also was mich das jetzt gerade so ein bisschen erährt. Larry hat letztens Hellblade gezockt. Und der kleine der durchlebt quasi so was ähnliches durch Sessona. Das ist schon irgendwie krass. Der Nebel ist so was wie so eine Art Pest Nebel oder irgendwas. Und das Problem ist, dass der unser Licht ausmacht. Der macht unsere Fackel aus. Und wenn die Fackel aus ist, sind wir tot. Und zwar direkt. Ja. Ja. Das ist das Herz. kann nicht sein. Wie viele sind da drin? Ja. Ich bin hier. Hey. Ich warte. Gehen wir Lukas los. Ja. Komm Ugo. Nein. Ich warte. Hier gibt es aber nichts für dich. Das ist zu Hause. Hier ist wo ich du kommst mit mir ob du willst oder nicht er bleibt bei mir du hast es gemacht aber sowas von nimm die scheiß Fackel ja genau ohne Fackel auch noch echt jetzt ja 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 ich dich zurück sagen sagt er ich bin hier gerade in umgekehrter steuerung ja ich renne ja schon rennt so schnell ihr könnt das sind lauter eiterblasen oder irgendwas wow ich meine also das ist irgendwie so so eine art fest nebel gärnebel irgendwas aber wie gesagt er macht halt dieses feuer aus und das ist schlecht ohne licht sind wir tot direkt keine chance siehst du da ist noch licht er wird bald zusammenbrechen ja das ist unser blut das bist du wir sind noch nicht fertig gehen wir ja ja ich bin bereit wir müssen den hafen erreichen also ich ziehe gerade richtig meinen hut vor lukas weil der ist der ist auch gerade so richtig am ende aber er schaltet das komplett ab er steckt es einfach irgendwo hin unter schublade a wie arschloch ablage und dann einfach weiter das ist heftig was der gerade leistet einfach nur dass die zwei vorankommen er ist innerhalb von 20 minuten sowas von erwachsen geworden das wird kein mensch mit dem meer stimmt irgendwas nicht das land ist weg das bin ich nein ich war das nein die ratten ich ich war das nein der graf und die gräfin gehen wir gehen wir einfach mhm das bm hat die verdammten eier freigelegt ja sie sind noch da immer immer in meinem kopf ich gehorche euch nicht ich gebe euch befehle das glaube ich aber respekt das waren mal richtige kochonnes gerade was der bewiesen hat aber das ist das wenn du dir deine macht bewusst wirst ne dann kannst du auch was leisten dann schaffst du was so das bm hat die ölkrüge zerschmettert warum wollen wir den so noch er wird unser ende sein er hat alles ruiniert das ist nur passiert weil er unter dem einfluss dieser schänderin steht deshalb will der graf sie um jeden preis tot sehen hoffentlich klappt du hast einen neuen titel sie sind hinter uns her also aufpassen ok das war fast klar so lasst mich mal gucken ob wir da und da seid ihr ok gut ok so wie viele pfeile habe ich noch einen ok aber ich wollte ja die kiste haben wer weiß was da alles drin ist harz fünf stück schwefel salpeter lauter gute sachen wir dürfen nur nicht so nah an diesen dingern vorbei weil wir sonst mit hoher wahrscheinlichkeit draufgehen sie wollen dich immer noch tot sehen selbst bei all dem chaos sie töten lieber andere als ihr eigenes ende zu akzeptieren typisch da ist einer da unten ist einer ok ich würde gerne die kiste jetzt können wir nämlich dann da an dem wagen weil da ist gerade keiner das gefällt mir nicht gar nicht das geräusch da erst wenn losbricht dann haben wir ein problem da ist noch dieses locken mittel das nehmen wir mit empis argus genau ich kann keine felsen merken ich will es nicht wissen so okay okay das sind wir hier eingekesselt und bleibt stehen dreh dich rum und dann machen wir direkt knack weg mit dir direkt in den rücken so viel zu viele viel zu viele der star warum steht da nicht mehr auf hey komm mit hoch so ein toter kamerad suchen wir den mörder kannst du ja machen okay wir müssen darüber in das feld jetzt mal gucken wie der läuft der kleine freund hier so jetzt stehst du da guckst ein ein bisschen an die wellen das ist voll in ordnung kannst du machen wie weit läuft davor bisschen weiter oder kaum das schaffst du wir kommen hier weg wir finden so viel wir segeln davon und fangen ein neues leben an ja okay jetzt steht er da und schadowing doof das heißt wir müssen wollen bis er vorbeigelaufen ist ansonsten sind wir tot gegen die menge an leute komme ich nicht an da habe ich zu wenig pfeile wenn ich zehn zwölf armbrust pfeile hätte dann wäre es mir egal aber so müssen wir sneaken da hinten ist er und da ist er so schade im ring doof wir sind so weit später sind so kaputt Uh. Nice. So. Alkohol setzt Kräfte frei. Oh wei, oh wei, oh wei. Dankeschön für deinen Lurksailer. Viel Spaß beim, ich schätze mal, zocken. Okay. So. Okay. Ah, oder so. Oh, zu hoch. Wir brauchen etwas, um ranzukommen. Okay. Zufälligerweise haben wir hier etwas. Oh, so gut, das. Gut. Gehen wir schnell. Ne. So schnell nicht. Ich muss nur aufpassen wegen dem Kasper da. Jetzt. Wenn die Kamera switcht, ne? Auch ekelhaft. Hasse ich. Ja, da bist du immer drin, ne? Das heißt, wir haben das geschafft. Tür zu und verriegeln. Ja, Abschnitt geschafft. Gespeichert. Wow. Da drüben ist ein Boot. Du bist ein Columbo. Bitte sei am Leben, bitte sei am Leben. Zum Glück ist die Hexe tot. Ich habe gehört, der Graf von Arl hat endlich seine Eier zurück und die Hinrichtung befohlen. Sie haben am Hafen einen Geigen aufgestellt. Sie hängen den Riesen? Heilige Scheiße, das muss ich sehen. Ah, wir wollen uns locken. Er ist nicht tot. Er braucht uns. Ja. Uns fehlt die Zeit. Wir müssen hin. Wirklich, nach dem, was er getan hat. Okay, okay, okay. Wir müssen ohnehin rüber zum Hafen. Wir holen Anno und dann verschwinden wir. Das ist so der klassische Klischee. Wir werden angelockt. Weil unser Kamerad, ne? Das ist so das Klischee, das zieht sich durch jede Geschichte. Und der Typ bekommt definitiv noch seine Strafe. Der Turm. Der Glöckenturm, stütz dich! Oh. Vorsicht! Glotzt nicht so! Befegt eure Ärsche! Das ist ihr einziger Ausweg und ihre Zeit ist genauso knapp wie unsere. Bleibt wachsam! Entreißt der Schänderin den Sohn! Jawohl! Ah ja. Schänderin. Du hast einen neuen Titel bekommen. Schänderin. Als ob man darauf stolz sein kann, echt. Okay, da darf ich nicht hin. Dann sneaken wir jetzt mal hier durch die Stadt. Kommt mir nicht so nah, hört ihr! Ah. Das sind auch noch ganz wenige Ratten. Dann gehen wir mal auf Hand und machen den Staubbad. Jetzt mal, wir müssen wieder mal ein paar Fackeln ausmachen. Sehr gut. Da ist niemand. Ich hoffe, Sophia lebt noch. Ich würde gern mal jemanden kennenlernen, der uns nicht umbringen will. Leise. Ha? Das waren diese Drecksäcke. So, dann gehen wir das Ganze mal mit Schleuder. Groß von der Schänderin. Groß von der Schänderin. Direkt, Biester. Ich hoffe, du warst schon... Groß von der Schänderin. Aufgepasst, es geht runter. Ich versuch's. Ja, aufgepasst, es geht runter. Also wenn ich runterspringe, ist es mir, glaube ich, ziemlich klar, dass es runter geht. Aber gut, danke für den Hinweis. Das ist schön. Wir können es richtig, richtig krass herstellen. So. Na, komm her, mein Freund. So. So, dann kommen wir mit her. Okay. Die Schänderin hat zurückgeschendet. Uah. Ich habe gedacht, dass die Ratten mal so mächtig werden. Hoffentlich bleiben die hier, wenn wir weg sind. Das hängt ganz von Hugo ab. Aha. Zu mir. Wo kommen die jetzt einfach mal her? Das Gerät hält nicht lang los. Ja, ja, mach aus. Ja. 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 So. So. Okay. Ich weiß sicherheitshalber ein bisschen heller gemacht. und bolzen gab es auch noch vor free das ist gut ich habe euch nicht aufgegeben ich hoffe du hast nur einfach ein fackel dann können wir nämlich direkt einmal flamme ausmachen jetzt können wir mal harz mitnehmen jetzt bist du rattenfutter jetzt müssten sie ihn eigentlich lieben oder auch nicht kleines dafür schlitz ich dich auf weiter aus dem weg ok da haben wir es halt so geregelt ist auch ok haben wir aufzubrennen ein messer immer gut ok da ist keiner sehr gut was ist das verstecken wir uns wer zum teufel seid ihr nur die boten so kann jetzt endlich die kiste aufmachen danke ok erstmal ruhe das ist doch schön da ist ein paar ratten aber das interessiert mich nicht so unten so welche da hinten so welche aber hier kann man noch ein bisschen looten ja ja das muss fürchterlich sein ja wir haben auch tote und die meisten bekommen kein anständiges grab von tage dieser ort ist die reinste runter der heiße er hat deswegen ihr getan ja 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 so schauen wir mal was machen können auch ja wir können aufrüsten das ist gut zweimal schießen oder schnelle armbrust das nehmen wir mit einem topf igne vertöten das wollte ich haben drei töpfe haben wir ok und hoch ich gebe mein bestes ja da oben ist feuer und licht und fünf stück da kommen wir nicht rein so kommen wir ja ganz ruhig wir schaffen es ha ist er mause tot ne oh ich hat ja 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 es kommt raus wir müssen nur deine rüstung wird ein feuer ausmachen schauen wir mal wie man den vorbeikommen ohne ich höre euch schade dass ich ihn nicht direkt auslöschen kann das ist gut und schlecht zugleich scheint der einzige weg in die andere dorf hälfte zu sein hängt nur knapp über dem wasser aber keine wahl nehme ich an so ok die kiste Wie ist nämlich groß und gut? So. So. Machen wir mal alles zum Mats, was man brauchen kann. Zwar schade um den Pfeil. Aber wir kriegen hier noch einen. So kommen wir ziemlich eins auf eins raus. So. Und durch geht's. Ah, wir sind schnell und wendig. Ein zweiter Pfeil. Oh, schneller Tod. Nice. Amicia erdrosselt Gegner mit ihrer Schleuder schneller und leiser. Ja. Ja, ich werde zum Assassinen. Wie geil. Ja, gerade so. Das wird jetzt trotzdem lustig. Wir müssen schneller laufen. Die werden ihn töten. Wir tun, was wir können. Wenn die ihn umbringen, töte ich sie alle. Das musst du nicht. Wir holen ihn da raus. Und Sophia auch. Wir sind auf dem Weg. Wir nehmen alles und Material mit, was wir kriegen. Wir versuchen abzugraden, was geht. Das knarzt und knirrt so schön hier. Irgendwas ist gleich kurz vorm Explodieren. Hoch. Aha. Wir sneaken mal. Dann können wir vielleicht noch ein paar Fertigkeiten mitnehmen. Nochmal fünf Stück. Also jetzt können wir upgraden, was der Arzt kommt. Also Sneaky haben wir bald. Raffinesse auch. Aufwerten fehlt uns noch ein bisschen was. Aber bald können wir Ambrus nochmal ein Level geben. Ich denke, das ist nicht von Vorteil, wenn wir nicht schneller durchladen können. Messer nehmen wir natürlich mit. Keiner da. Ziemlich viele Leichen. So. Mein Fazit für das Spiel bis jetzt ist auf jeden Fall trotzdem, trotz allem, sehr, sehr geil. Ein paar Kleinigkeiten, wo ich sage, ja, okay. Aber das ist ja immer noch vor ein Niveau. Insgesamt ist das Spiel wirklich, wirklich, wirklich gelungen. Steuerung schön. Story geil. Das Schwein kunst gar nicht mehr. Verdammt. Schnell, wir müssen näher ran. Das ist also der Arno. Der Mann, den man den Wall nennt. Ja, wir müssen ihn retten, auch wenn er es nicht verdient. Ihr habt ja eine nette Truppe zusammengestellt. Natürlich. Wir suchen nur die Besten aus. Nur die Besten. Und los geht's. Komm, hoch mit dir. Ja. Wieso brauchen wir einen Wagen, wenn das so eine Art Gewächszaun ist? Das verstehe ich nicht. Okay. Komische Geräuschkulissee. Wow. Schau. Schau. Mhm. Okay. Gehen wir näher ran. Ziemlich. Viel los. Ja, macht euch bereit. Da stehen Krüge mit Herr, direkt neben ihm. Jetzt, du was. Mach ich. Nimm das. Wir sind Chiano. Ich glaub's nicht. Wollt ihr mir den Rest geben? Sei still. Wir bringen dich hier weg. Ha. Was? Da, die Schänderin. Sie hat den Sohn. Nehmt ihr den Sohn weg. Nein. Bleib bei mir. Vertrau ihr, Hugo. Das ist nicht nur für uns. Der Sohn gehört der Welt. Er ist unsere Zukunft. Käpt' für sie. Ah. Ist der Fluch diese Insel. Sei. Ich habe noch Extinguis. Ich helfe euch. Ja. Hast du jetzt gerade eine Leiche beworfen? Willst du denn alles von allen guten Geistern verlassen? Träkiges Miststück. Unsere Gräfin war eine Dienerin des Lichts. Und du hast sie ermordet. Sie ist gestorben, weil sie die Wahrheit nicht hinnehmen wollte. Genau wie ihr. Zu mir. Da. Der gehört dir. Das ist gestorben. shit das war schlecht so so Ja, schon mal down. So. Ich blende ihn. Komm. 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 halt durch am ist ja du schaffst es sie kriegen verstärkung alter zwei von denen hat den sockenschuss wenn du schon dabei so okay sehr schön nach hackfleisch aus den typen ja bin schon dabei die kriegen dich nicht übel so da hinten steht okay du möchtest also besuch kein problem vielleicht jetzt kriegen wir richtig faust und sounds of speed dankeschön für ein follow dankeschön hugo 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 na kommst du jetzt mal runter hier oder muss ich dich auch noch bisschen beten oder was hallo ach da müssen wir okay gut und muss bei der gelegenheit gleich mal munition noch es ist vorbei geschafft ja atme durch beruhig dich wir befreien jetzt an noja genau kann ich aber vorher bitte noch luten arz braue nicht aber sowas wie am bros pfeile nehme ich gerne oder halt andere materialien wie hier zum beispiel bevor ihr mir dann nicht erlaubt dass ich hier mich noch voll machen mit den zeug nehme ich mit was geht und verwerten können wir auch noch nur harz kann ich leider nicht verwerten muss schade sonst könnte ich hier auch noch voll die kniefe los geht's er schaut ziemlich fertig aus die ist charmant ego meinte es wäre seiner taktisch was hier alles rumliegt vielleicht noch ein helm 16 nehme ich auch jetzt sind wir gut ausgestattet hat ja ganz schön gedauert kommt an bord du machst eine pause wartet eure mutter sie kommt nicht mehr wir müssen los jetzt verstehe ich werde dann mal sie kommt niemals mehr ich weiß nein leider nicht ich wollte jedoch noch so viel erzählen ich auch aber sie wusste sie wusste alles glaub mir du warst ihr größtes geschenk weißt du sie liebte dich so wie du bist wie sie dich geboren hat wir werden leben und wir werden heilen die narben werden bleiben durch sie vergessen wir nicht und sie helfen zu akzeptieren bis sie weniger schmerzen trotz allem schmerzen 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 Untertitelung des ZDF, 2020